Ja, die ziehen durch, nach hinten. Ach, ihr war ein Team? Ja, über uns. Ist weitergeflogen. Nach hinten, also die sind bestimmt... Es wird schon lila Helm und lila Rüstung. Boah, ich hab wieder eine P20. Läuft! Wo ist die weg und geboxen? Das ist halt wirklich das dritte Mal, glaube ich, dass ich die P20 am Anfang finde. Bei P20 Granaten habe ich, damit kann ich dienen. Mann! Ich glaube, die sind da drin, tatsächlich. Ja. Rüstung habe ich schon. Ich bräuchte eine Waffe. Gehst du da hin? Ich warte auf euch, logischerweise. Weil, wenn ich jetzt da hingebe, bin ich eben nur tot. Ich habe fünf Magazine. Hat die P20 in der Hand und zieht da hin. Hallo? Was ist denn los? Ich sehe das Problem hier. Wir sind rausgekommen, denke ich. Oder war das Tour vorhin schon offen? Oh. Ultimate Accelerant hier. Ich höre Schritte links von uns. Ja. Könnte über uns sein. Nein. Das geht's. Was tot? Wir können hingehen. Wow. Oder wir haben das Problem, dass unter uns welche sind. Knocked. Und der andere war weit weg. Das Ding ist leer. Der andere kommt dort. Entdrehen. Liler Schild. Das ist leer. Wir wollten ihn gleich wieder holen. Tot. Nice. Das will ich nicht. Kann er eigentlich mit der spielen, die wir für dich jetzt haben. Braucht das. Heavy und Schrot Ammo ist eigentlich fein. Wenn jemand hat. Light Ammo. Ach so, willst du die Scout haben? Scout, Mann. Okay. Kann ich ein Stack Light Ammo von jemandem kriegen? Light Ammo? Ja. Kann man das irgendwie aufteilen? Und einen Linksklick machen. Wenn du den Linksklick machst, kannst du die 20er Stacks einzeln. Ich meine nicht ein 80er Stack, ich brauche, ich habe jetzt hier 6, raus und so. Weil der Scout brauche ich jetzt nicht so super viel. Wir wollten eher 301. Ja, deswegen. Du brauchst deutlich mehr als nicht. Oh, Longbow. Die Wacht sind aber auch schwach, Leute. Die Longbow ist halt schon juicy, wenn du ihn damit triffst. Ja, auf jeden Fall. Headshots. Gerade wenn sie jetzt, sie kann so schön schnell schießen jetzt und so. Der Sniper Buff war wirklich notwendig. Die Scout war noch relativ okay. Ja, aber die Longbow Buff, ja. Der war wichtig. Die Longbow fühlt sich jetzt richtig gut an, tatsächlich. Abgesnackt. Brauchst du Schildzellen oder so? Ja. Zwei habe ich selber. Ich weiß nicht, ob du den Schildbattery dafür verwenden willst. Ich habe sonst keine Zellen. Ich habe jetzt gar kein Schild mehr. Ich habe noch zwei Zellen, was du dir haben willst. Ja, dann wäre wahrscheinlich besser, die Look zu geben. Ja, dann kann ich hier die abgeben. Ich nehme das mit den Drops. Kann ich voll machen. Ja, weil das nicht. Ich werde schon noch irgendwas finden. Momente, Quatsch. Brauche ich selber. Bin ich der Handy selber braucht. LOL. Wie hat eigentlich dein Charakter eben gesagt? Du hast, er hätte das ganze Squad gekillt. Wenn du den letzten tötest, sagt der Charakter, der den letzten tötet, immer, dass er das ganze Squad getötet hat. Das ist ja alle herrlich. Also der letzte Squadkill wird immer laut angesagt von den Charakteren. Damit du weißt, wenn du damit alle wissen, dass mein 1 Squad halt gekillt ist. Würde ich sagen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Jo. Ich habe schon wieder 80% vom Lifeline Package. Der ist noch ungelotet, glaube ich. Irgendwas cooles drin, ja. Du hättest die auch nehmen können. Ich sehe gerade. Ach, komm schon. So, du kommst ja schon. Ja. Das dann. Kennt ihr eigentlich die schönen Exploits, die es gibt? Oder besser gesagt, Source Engine Bugs? Nämlich. Du kannst alle Objekte, die sich irgendwie bewegen, oder die zumindest nicht zur statischen Map gehören, mit Schlägen aufladen. Wenn du dann drauf gehst und hüpfen drückst, kriegst du die Energie, sozusagen die gespeichert wurde, und kannst übelst hochspringen. Also in die andere Map springen. Wie geil. Das ist ziemlich witzig tatsächlich. Dadurch, dass es halt ewig dauert zum Aufladen, ist es auch nicht ganz so schlimm. Das sieht einfach nur witzig aus. Das ist wirklich ein Gegner, oder hast du einfach ein Doppel gepinkt? Oh, nee, das war... Sorry. Oh, ich hab hier Robo gehört. Robo! Ich hab so viele Granaten dabei. Das nehme ich noch mal mit, wenn ich hier schon bin. Granaten kann man fast gar nicht zu viel haben. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt irgendwie die siebte Fragrenade dabei. So, ich hab gar keine. Vor allem hab ich auch noch mal... Ist ja in die Zone rein, ne? Vier Artstars, also ja, das bin ich so weit weg. Die Zone ist tatsächlich... Ich find's ziemlich cool. Die Zone macht wenig Damage, aber sie ist ultra nervig vom Sounddesign. Das ist eigentlich eine gute Variante, das zu lösen. Aber bei PUBG beschweren sich ja immer alle, dass die Leute in der Zone chillen. Und wenn dir halt so übel laut ist, machst du das irgendwann nicht mehr. Das ist zwei sechsmal Sniper. Moment mal, habt ihr das Heavy Mag jetzt genommen, oder? Achso, nein, das hab ich jetzt. Alles gut, ich hab's sonst auch genommen. Braucht jemand von euch das Sniper-Dinge? Nicht. Welche Sniper-Dinge? Ne, ich brauch nur das. Sonst ist meine Sniper ganz gut ausgestattet. Wollen wir fighten gehen? Oder müssen wir Sniper gehen? Fight. Irgendwo da. Da hinten. Die fighten dahinter, also direkt dahinter sozusagen von uns aus. Und oben. Und oben? Ja, die schießen rauf oder runter. Stimmt. Nice. Hast du da einen erschossen? Nein, nein, ich hab nur die Armor gekillt. Nur einen, die und Direct Hit gemacht. Gut, das probier ich mal von hier aus mit der Flatline nicht. Das ist ein... Wer jeden zweiten Schuss angesagt hat, dass ich getroffen hab, ist bis nur weird, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich mach mal einen Ausgang, ne, für uns Richtung Zone. So, komm ich denn da jetzt nicht ganz hoch? Ich weiß nicht, weil ich's, glaub ich, dumm gestellt hab. So, wollen wir da immer noch rein, oder? Lassen wir das. Och. Wart mal. Die kommen da gerade hoch. Ja, ich bin gerade da oben drüben gelandet. Ja, ich bin gerade da oben drüben gelandet. Ja, ich bin gerade da oben drüben gelandet. Werden das geschwächtes Quad holen. Ich bin da gerade oben drüben gelandet. Und nö. Das hab ich nicht, dem hab ich nicht gewettet. Einer knocked. Ich glaub, wir wollen jetzt hier noch einer. Oh, ist noch einer. Ja, aber ich muss mal kurz irgendwie... Ich hab keine Schildbatterie und das ist bisschen doof. Ich muss wenigstens die Schilder hochbringen. Sind die tot alle? Nee Wir sind auch gerade mal ein bisschen hoch rein, scheiße Auf dem Team Dort, dort sind auch welche Wenn die jetzt hier nicht pushen, sollten wir uns eigentlich... Oh, die pushen immer noch Bewegen, meinte ich gerade Einer ist gerade am Start um die Ecke Müssen gucken, dass wir von unten nicht gleich noch beschossen werden, ne? Oh ja, ja, wir werden noch nicht Oh ja, da sind wir jetzt Die kommen über die SIP Lass uns die hier pushen, oder? Drinnen? Ja, oder wir müssen halt zurück Die müssen sich gerade heilen, die dort Wohin? Wir können auch raus Jo Da kommen welche Leute rechts Wir können hier mit dem SIP-Line raus Oh, da sind die diesen Dach Oh shit Ähm, ich glaub die haben uns gesehen Wäre so meine Vermutung Warte, ich mach hier ne Drohne hin Warte, mach hier ne Drohne hin Braucht ich hier mehr, okay Da seh ist ein Gegner vor uns da drin Ja, ja Wollt mich ne Drohne machen wir uns? Braucht ihr jetzt ja auch nicht mehr Boah, nicht wirklich, ne Aber hier waren grad Gegner safe Ja, ich hab's auch gesehen Die waren, sind vor uns weg hergelaufen An den Spuren nachgehen Wir haben ja nen Bloodhound Ist aber nicht für uns nichtbar, ne? Bin ich? Nö, hier ist ein Robo drin Ich würd dann... Oh ja, da sind sie, da sind sie, da sind sie Geht im Gebäude Oh, und hier von hinten beschossen Fuck Die sind im Gebäude Ja, die schießen sich jetzt... Oh ne, ich wurde auch grad beschossen Also ich wurde von der da drüben beschossen Jupp, da sind sie Das Fuck da rein Hello Wow Wir hatten unten die Türf gemacht von euch What the fuck? Ich Ruuuum Das ist im Moment, wurde ich ja angererter Nene, nicht ich Also auch nicht ich Der eine hat nen Goldener bist du? Ja Hartz-Reine Der passt dann, ja Push die Ich würd hier runter gehen Und n bisschen nach hinten weg wir sollten ein high ground nicht aufgeben komplett ich kann euch grad noch nicht helfen gut aber ich hab fast keine money mehr brauchst du für money? ja leid kommt zu mir hat keiner shields mehr hinten? ja ja weißt du die haben wir jetzt das ist nur einscored, wo ist das andere? da kommen wir da sind noch jede menge gegner oh shit nein scheiße das ist echt nicht weit aber wir müssen runter ja wir müssen ein bisschen bewegen am besten irgendwie eine high ground nehmen der hier ist ich versuche mal ein bisschen hochzukommen das war doch gerade super close oder? ich heile ich heile ich heile ich heile aber trotzdem eine spannende runde meiner meinung ja ich habe nur irgendwie fünf leuten die schilder weggeschossen und die konnten sich gerade noch wegducken bevor sie umgefallen sind schrecklich ja ach sieht man eventuell auch oh ha wie gesagt snipen war super viel spaß im spiel schreiten das war nicht